Was ist Betriebsdatenerfassung? BDE noch dahinter. BDE, das ist die Abkürzung, Betriebsdaten erfassen, Fragezeichen. Was ist Betriebsdatenerfassung? Betriebsdatenerfassung. So, jetzt haben wir wieder, entweder hier das Hilfsverb oder hier das Substantiv. Man kann die Kurve auch kriegen, indem man schreibt, in der oder die Betriebsdatenerfassung erfasst. Dann haben wir hier wieder das Vollverb. Irgendwie muss man die Kurve kriegen oder die Betriebsdatenerfassung ist ein Erfassungssystem, das. Machen wir es mal mit erfasst. Die Betriebsdatenerfassung, also BDE, erfasst alle Daten, die bei der Produktion anfallen. Und wenn man das mit Computer macht, was man macht, ja, wer macht das schon ohne Computer? Mit Computer, dann spricht man von einem BDE-System. Also, wenn man gefragt wird, was ist ein BDE-System, dann kann man sagen, ein BDE-System erfasst, und ich ergänze jetzt, mit Computerhilfe. Ja, ich beantworte jetzt eine neue Frage. Ich beantworte die Frage, was ist ein BDE-System? Was ist BDE? Die BDE erfasst alle Daten, die bei der Produktion anfallen. Was ist ein BDE-System? Ein BDE-System erfasst mit Computerhilfe alle Daten, die bei der Produktion anfallen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang. Alles Gute, Marius Ebert.